Zweimal Rot, einmal Weiß und einmal Blau. Ich vertraue dir zwar nicht ganz, aber wir machen es trotzdem. Okay, Rot. Chack, Chack, Weiß, Chack. Und noch Blau. Chack. Für alle, die es noch nicht wissen, das ist übrigens meine Lippenstiftmaschine. Und so sehen unsere Farben da drinnen aus. Wir vermischen das brav. Das sieht ziemlich lila aus. Oh ja, das ist sehr lila. Passt irgendwie voll gut zu meinem Shirt. Sieht sehr cool aus, aber ich glaube, das geht noch besser. Was sollen wir als nächstes machen?